Ah, herzlich willkommen zu Trollometer. Alte Presse. Heute ohne El Humbo. Ich mute den nämlich gleich, weil er ein Untermensch ist. Dann haben wir auch noch nette Menschen dabei. Zum Beispiel Dennis auf der Toplane. Außerdem, du spielst AP nah. Dann haben wir Lenya mit Jungle Lulu. Wie lange ist denn deine verfickte Ansage? Jetzt mach mal fertig. Dann haben wir Shazose. Mit Pantheon. Oh lol, er hat ignited. Und gerade noch so ein Max. Sind wir jetzt behind? Bis ich Level 2 sind wir immer behind. Warum kommt mein Smite nicht ab? It hurts so far and gets so nah. Ja, bist du red? Äh, nö. Gege easy. Ich glaub den Astral haben wir Double ignited, ne? Ja. Ich ignite instant und dann du. Wenn wir Level 2 sind, dann den Gaze will ich einfach. Du springst ihn an, ich queue ihn und warte bis er weg geht. Oder Flash geht. Und dann... Soll ich Flash W machen? Ja, kannst du. Geh rein, geh rein. Aber warte, Wolf. Geh rein, geh rein. Geh rein, geh rein. Geh rein, geh rein. Fuck. Das war jetzt nicht so gepflannt. Nyaaah, nyaaah. Nyaaah. Ich hab nen Kill. Wolf. Ich hab 4 zuerst du. Ich hab 3. Nice. Wir sind auch für uns voll übelst OP auf der Bot. Ich würd's nicht sagen, es ist deine Schuld. Aber wenn's nicht deine Schuld wäre, wär's auf ihre Parsis Mams Schuld. Dank. Er hat verstanden wie der Spiegel. Aua. Verwandle ihn. Kann ich nicht. Warum nicht? Äh, Thresh kommt. Ich komm auch, ich komm hier. Bamm. Weiter, 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 weiter. Nein. Ich komme auch. Irgendwann. Ich hab Dash und 6. 5. Ich wusste, dass er das vorhat, alter. Flash-Jooks und gewordete Büsche. Ja, das Ding ist nur, er ist richtig dumm, weil er hat verfickte Scheiße sogar den Wort gesehen. wie er geplaced wurde. Das wär irgendwie richtig lustig, wenn wir einfach weitergelaufen wären, hätte ich nichts gesehen. Wir hätten nur einfach stehen bleiben müssen. Ihr müsst MLG sein in dem Moment. Leute, habt die Balls. Zeig, was ihr könnt. Ich hab die Reflexion. Ich hab keine Balls. Daniela, du kannst deine Stöcke zeigen. Was? 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 Oh, Max, please. Was machst du da? Ich hau ihm aufs Maul. Ja, kannst du nicht mal sagen. Achso, ich hau ihm aufs Maul hauen. Ja, warte. Gut, ich bin immer weg. Ich konnte euch auf gegenseitig aufs Maul hauen. Was? Ne, das ist zu weit. Ne. Nicht wirklich. Gegenqueter können wir immer aufs Maul hauen. Okay. Ich geh einmal kurz ran, er ist Half-Life. Ja, wollen wir voll hart den Stun engagen? U-Tem Tower? Ja, okay, go. Ja, okay, go. Go, go, go. Nice Q. Oh, ja. Ja, war anlockiert. Machen wir nochmal gleich. Wir lassen uns ein bisschen zurückfallen und dann springen wir ihm voll ins Gesicht. Ja, ich weiß, wenn du mal reinjumpst, am besten warten bis du ein Q getroffen hast, weil sonst... Okay, alles klar, nicht engagen und los. Hast du noch im Ignite? Nein. Schade. Ich hab im Ignite in 18. Also ich glaub den... Wenn ich den Q treffe, gehen wir rein aufs Thresh. Oh, der kann nix machen. Ne, hab ich nicht, aber wir können... Go. Ich kann aufs Thresh gehen. Hab keinen Gebrauch. Das hätt ich auch sagen können. Ja, ich wollte halt... Du hast ja gefragt, ob ich nichts hinspielen kann und siehst es ja sehr gut. Mhm. Das Ding ist, wir waren zeitweise über... Mein Main quasi, aber den hab ich einfach direkt verlernt. Okay. Go, go, go. Welch Champion Beryl bist du? Was? Ich glaub fünf. Go, go. Also ich hab das Ende mit. Ja, anlocken. Okay. Der hab ich's gegeben. Oh, krass. So. Ich geh wieder mitte dann, ne? Haut rein. Schön, du bist dann. Danke für eure Anteilnahme. Wirklichste Blue, Beno? Ne, noch nicht. Beno? Ja. Ist immer langziehen. Ey, Beno. Na? Hallo, El. El Homo. El Homo. El Homo. Kennst du schon deine ganzen neuen Skins? Ja, ja. Hab ich noch keinen Bock gekauft. El Leona. El Leona, ja. Warum sagst du Na? Weil das G stumm ist. Das steht nirgendwo. Lassen wir das so. Du hast scheiße, die da war. Doch. Safe call. Das ist so. Safe call? Ich wette. Du wettest? Ja. Um was? 10 Euro Riot Points. Vergiss halt kein Geld. Das gemessen. Du kannst ja nen Livestream machen. Vielleicht ne Donation dann nicht fürs Mittagessen ausgehen. Ja. Lieber für ne RP Riot Karte. Ja. Wir gehen rein, wir gehen rein. Okay. Und go. Mach mal Crew. Ich hab ihn noch nicht ab. Ja. Sorry. Wow. Der springt sofort weg. Ja. Der traut sich gar nicht ran. Geh mal Dennis helfen. Das gewartet bei Dennis. Wenn ich nen Q treffe mit nem Ignite ist er glaub ich tot. Aber das Ding ist, er wird. Lass ihn raus pushen, dann gehen wir rein. Ich kipp auch Ignite. In 2. Hast du noch Mala für Stun? Ja. Okay. Und los. Der hat mich nicht gesehen, Dennis. Ich komm von oben. Bis dahin bin ich tot. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich bin echt zu scheiße. Ich hab wieder Stun. Oh. 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 Oh nein. No, 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 no. Was machst du? Nein. Grüß dich. Ja. Alter. Da verfickt der Minion. Hast du den gesehen? Ich hab zu euch hochgeguckt und auf einmal greift mich Udi an. Hab ich nicht gemacht. Alter, der scheiß Minion ist in dem mal, in dem ich mal gucken bleibe. Vorhin gesprungen, man. Ja, ja, genau. Der Minion ist vorhin gesprungen. Das hätte jetzt auch gemerkt. Ja, ja. Ja. Dann sag ich das doch auch mal. Hä. Bin ich rein? Nein, 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 nein. Lissindrom. Oh Gott. Was? Ich hab kein Lissindrom. Warum nicht? Ich hab... Weil ich Lissind nicht mehr abspiele. Aber wird bestimmt wiederkommen. Aber ich hab auch 1300 Gold. Also von daher... Wenn ich den jetzt einmal treffe, geh mir rein. Egal was passiert. Okay? Ja. Okay. So machen wir das. Los, los, los. Ah. Okay, dann pushen wir und geht weg. Ich hab Ulti. Ich auch. Meinst du, wird mich Recon lassen? Nein. Oder? Ich hab's abgebrochen. Aber rein. Rein, rein, rein. Rein, rein, rein. Ich soll keinen Mana. Ich ignite ihn. Earth. Earth. Earth, Earth. Oh, ihr werdet gegangt. Shit. Miss. Mitte ist Miss. Oh, ich hab doch Missgegold. Sorry. Weißt du. Und sowas ist ein YouTuber. Ach so. Aber der S-Red Trainer war doch schon weiß affiliiert. Komm schon her, Lenya. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunlight in your vagina. Ich bin mir ganz sicher, dass das so geht. Ich glaub auch. Das Lied heißt, Sunlight in your vagina. Von Neue. Ah, schade. War ein Versuch. Ich geh rein. Warte. Äh. Du willst noch nicht weit genug. Hierhin geh ich. Hm. Ah, schade. Ja. Das war ziemlich lustig. Okay. Ja, ja. In zwei Minuten. Richtig der gierige Kase. Da bin 20. Ulti. Geh. Ich bin da kein Flash. Geh. Wer? Du Glitter. Quinn. Er ist Quinn. Pass es mal. Wer ist dieser hohen Sohn? Wer ist dieser hohen Sohn? Wer ist dieser hohen Sohn? Ich kenn den Merkel nicht. Vielleicht ein netter, ne? Joked. Ich glaub, der hat ehrlich gesagt Schiss von uns. Ass. Wäre auch schlau. Ja. Wollen wir trotzdem ein Geldchen? Ja. Los, rein! Ein Hit. Ich tanke. Ja, das ist unlucky. Hab ihn. Ich tanke. Okay. So, noch Minions? Ja. Ja. Hi Trash. Vergnung er mich. Ich lauf ihn lang. Möchtest du Tower Diven? Ich hab Ulti. Okay. Dann go. Max? Ja? Go. Du. Du? Möchtest du Tower Diven? Ja. Okay, ich komm. Ja. Äääh. Ääh. Dennis, ich mach schnell den Blue. Dann geh ich back und dann kann ich tapfen. Keiner gesehen, okay? Okay, ich prob hier, mein Töger zu halten. Bitte sei weiter so flauschig, okay? Zu spät. Das komm ich nicht. Was? Was hast du gerade gesagt? Das kann man jetzt falsch interpretieren. Benno, was tust du? Mit einem Flauschkostüm. Was? Hä? Ja, ganz gut. Und dir? Ja, auf jeden Fall Joghurt oder was auch immer der sagt in dem Video. Ja, ich mag auch Käse. Find ich nicht. Um halb zwei? Ich feier das Video richtig hart. Alle Synchros von Davos sind super lustig. Ja, und jetzt drauf. Da ist ein Udian. Habt ihr gesehen? Ja, haben wir. Hm. Oh. Mitte? Pasel? Wo ist Pasel? Stinken. Ist da irgendwo. Hi. Na? BAM! Was macht der scheiß Udian eigentlich? Frieden. Ja, also, in Ernsthaft, was macht der? Warum engager die ganze Zeit in den scheiß Jungle? Junge, wir haben Pantheon, Lee auf Abort und Irelia in der Mitte. Wie zur Hölle soll er da wegkommen? Stimmt, Lulu. Geh rein. Miss. Mitte ist Miss, ne? Seid mal vorsichtiger. Kick den rein, kick den rein. Ja, ja, will ich! Oh, shit. Ich war am Hoki, ich hatte das die ganze Zeit schon vor. Trost mich. Ich komm. Ja. 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 Okay, ich hab heute. Das heißt, ich überlebe einen Hit mehr. Nice. Haben oder nicht haben. Ich hab irgendwie das Gefühl, es kommt jemand bot. Haben wir einen Ball? Mach mich schnell. Okay, mach dich schnell. Geh. 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 Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Wann? Die war weg. Danke. Die sind Block. Bitte. Könnt' ich immer noch voll machen. Ich würd'n gern diven, aber wir sind zu schwach. Na, ich dachte, wir sind jetzt in 40 Sekunden. 25 Sekunden, ne? Gehen wir... Wollen wir uns Theraplu nehmen? Oder sowas? Ja. Ja, genau. Hallo. Oh, Leute. Oh, lol. Ist es geworden? Das war nicht so schlau. Seid schon, ihr kommt noch K6, K6. Der macht ziemlich viel Damage, ne? Ja. Ähhhhh. Nja, hallo. Ich komme. Gelschmele. Ach, du. Wille, Wille. Hab grad nicht gesehen. Ich hab grad nicht hingeguckt. Ich find's schön, dass wir alle Flash schufen, weil ich nicht dabei bin, macht viel Spaß, selbst die Gegner. Das merke ich ja nicht, weil du dabei bist. Kannst du mir nicht dieses gute Gefühl geben? Nein, nein. Du bist hier nur zu Gast. Paz ist nur zu Gast, ich bin Stammbio. Nein! Du hast mich gesaved! Das war auch der Plan! Hilfe Benno! Hilfe Benno! Nee, auch nicht so lange. Ich komme, ich komme, wir ficken, wir ficken. Nein, nein, du hast sie! Wir ficken! Ich hab mit 5 Sekunden Ulti. Ah, keine Wolves K6. Geh rein, geh rein. Wo ist Panthea Ulti? Äh, warte, wo soll ich hin? Ah, soll ich das machen? Okay, geh rein, geh sowas rum rein, geh da richtig rein. Das war zu weit hinten, du Faggot. Ja, ich dachte, dass er reingeht. Das ist kein Mana mehr, leider. Wie geht's dem U-Dir? Weiß nicht, ich glaube... Machen ab. Wie zur Hölle kommen wir hier weg, was soll das? Au! Au! Da sind 3 Gegner und schubt ja nicht. Wir sind beide low. Mach mal was. Ich hab keinen Mana. Lass, wir gehen back. Die sehen uns gleich gut, okay? Äh, Drake hätte ich echt gerne. Drake, 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 Drake. Lass uns sehen, Drake, Drake, Drake. Oh, die machen den! Ich hab keinen Mana. Du hast einen dritten von deinem Gesamt-Mana. Du hast einen dritten von deinem Gesamt-Mana. Halt die Fresse. Ja, das ist nicht so cool. Ich, äh... Ja, fuck, ich bin ein bisschen doof. Geht mal rein, geht mal rein. Geht mal rein, geht mal rein. Geht mal rein, ich hab erst 7 Sekunden wieder weh. Ja, dann warte halt 7 Sekunden. Oh lord. Hast du grad geflasht? Ja. Okay. Hm. Äh, ich war immer wieder auf Benno. Was war das? Warum? Du hast gesagt, du sollst reingehen. Du bist reingegangen und bist gestorben. Ich hab gesagt, du sollst warten und back gehen. Hey Benno, das hab ich sogar nicht gehört. Ich hab's aufgenommen. Ich glaub, äh, Philip ist schuld. Ich denk, Paz ist schuld. Ah ja, fuck. Ja, okay. Das ist Spino. Äh, ist noch nicht ganz verstanden. Nee. Dieses Paz-Spiel ist ja schon etwas älter, würde ich wohl behaupten, ne? Ja. Kleines Stückchen. Ja, aber trotzdem immer wieder neu. Was war gar nicht Paz dazu? Meistens ist es ein... Ah. Jedes Mal wieder entfleucht ein bisschen Lebensfreude aus ihm. Ein bisschen Gas. Das hast du schon damals gesagt. Ein schöner Moment. Äh, ich bin gleich Botlane. Nein. Also wenn du Bock hast, äh, go. Ja. Ich bin gleich Botlane. Du bist auch der Botlaner. Steh ich nicht. Schlecht erkannt. Oh lol. Läuf. Warum hat Kasek schon wieder ein Blue Dog? Oh, was? Neil! Geh weiter. Komm, ihr seht mich hier nicht. Oh lol, okay. Ja kuviel jetzt hinten. Die haben mich trotzdem noch nicht gesehen. Ja... Komme! Rum rum. Der Kaseks traf sich leider gar nicht... Ohh, huh haha, du bist zum Müll. Auf Charge. Ich, komme. inde kommt, glaube ich, mit da. Hast du ulti, Ldaloo? Ja. Okay. Fick ihn dann. Los! Rein, rein, rein rein, rein! Aber ich kann meine Mander... Egal! Wo ulti? Ja! Derbe. Und Iridakill. Ich hab den secured, würd ich mal sagen. Wenn kommt Mordline, glaub ich. Oh ja, dann komm mit. Hast du Mana für ein Stun? Ja. Gut, das reicht. Ich glaub, sie ist eher Mütter. Oh meinst du für dich denn? Ah, hier ist er! 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 Ne, Hilfe! Vorhin ist er auch noch. Pass auf, Quinn kommt auch, geht mal weg. Engaged, ist engaged. Ah, jetzt haben sie da in Bottom gestellt. Aber ganz ehrlich, unser Bottom ist gar nicht so scheiße dafür, dass ich... Oh, läuft! Wie ist das auf einmal passiert? Was glaubt du Scheiße? Wir sind auch in CS fahren übrigens. Verstehe ich nicht. Okay, zwei Flashes. Okay, jetzt solltet ihr aber wirklich noch back in. Runde? Runde? Nein, 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 nein. Das ist die Dreh. Dennis will! Er will mitspielen. Es geht eigentlich irgendwas von dir auf AP. Okay. Bei Dennis der W-Spell. Jeder dritte Hit. Jeder dritte Hit. Die Ulti auch. Die Ulti 0,5. Haben sie hinzugefügt, war am Anfang noch nicht so. What Lane? Deswegen lohnt sich das so stark. Wie weit geht denn dein Ulti-Land? Von da wo du bist, ungefähr hier, ne? Äh, bisschen weniger. Zerhefte der Lane. Ciao. Hallo. Ja, jetzt komm mal wieder her, Kasi. Das ist richtig langweilig, wenn du dich nix traust. Tu's nicht, Max. Schwierig, nicht zu drücken, Alter. Ich mag den Irelia Q-Spell. Das ist mir mein ganzes Mana wert. Die ganze Zeit rumzudüsen. Ja. Wir könnten theoretisch beide Dustblade kaufen. Ich hab wieder Ulti, ne? Ich glaub, das hätte was. Dann geh mal oben rum. Okay. Du, da, spring aber mit dem Kasex, da bist du so langweilig. Ich versichke. Ich versichke. Ich versichke. Die werden das dann sehen. Dann wird Trash sich bereitstellen für den Hook. Und Asriel eht schon mal weg. Wow. Nice. Ich hab Asriel mitgenommen. Wie du einfach genau das gecallt hast, was die gemacht haben. Oh oh. Das hast du noch nicht gecallt. Verdammt. Oh lol. Oh lol. Alter, lol. Der hat dich gerade ziemlich geweckt. Aber das Ding ist, was ganz geil war, ich hab Asriel auf dem Menü getroffen. Er hat geaeht und geflasht und dann hab ich erst mal Kugel durch. Das war ziemlich cool irgendwie. Das war ziemlich cool irgendwie. Ja, das hast du super gemacht, Max. Ich verstehe das nicht. Das war cool aus, Mann. Ich bin vorwärts geflogen. Auf mich ist ein bisschen Arschlauch. Geil. Äh. Gwyn ist da. Gwyn ist hier. Äh. Mal versuchen den zu securen. Ich hätte super gerne den Blue Wolf. Ich wollte den. Meint ihr eigentlich, der Trash hat den Hook und... Das ist halt echt... Als ob keiner von euch auf den Blue geht. Ist das viel wichtiger. Oh. Disrespect. Oh, oh. Stun, 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 Stun. Ich bin gebuddyblocked. Getsaved. Good job. Danke. Machen wir den Drake? Warten wir am Drake? Ich krieg vorher nochmal Back. Ja, Wasser wollen wir haben. Klo? Spülung? Ja, auf jeden Fall. Ich hab den Knopper prima. Machen wir morgen. Nein. Ja, Hilfe! Nein! Nein! Ich kann nicht retten. Ich kann nicht retten. Komm zu mir! Und dann? Hallo. Die haben noch Ignite geboren. Nur zur Sicherheit. Geh mal hier hin. Geh mal hier hin. Und flash in den Busch hier rein. Nein. Das hat schon mal nicht funktioniert. Letztens. Abgeschreckt. Nein. Nein. Ich will den Guide auf sich halt. Alles mal. Danke. Gute. Aber die kriegen nicht schon wieder, ey. Die kriegen ja jeden! Ach du Scheiße. Na, hä? Wie heißt du eigentlich? Ich kenn' ich gar nicht. Das Dennis. Das steht in seinem Namen. Dennis. So. Ich stand u dir und... Und dann gehen wir beide rein, okay? Ich will vielleicht ein Wort auf die andere Seite. Und rein. Nein. Fuck. Gut. Gut. So. Naja, so war das nicht ganz gebranscht. Ah. Ah. Unlucky. Ja. Mh. Was? Nein, well. Ja. Das hast du auch gemacht? Äh, ja. Benno und ich haben das früher übelst viel gemacht. Aber es war jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr her. Hm. Und, äh, manchmal kommt's noch mal hoch kurz. Aber ich geh mal kurz den Bögel bereits. Jetzt wieder. Das ist vielleicht so ne Sache, die ich gerne nicht sagen würde, aber manchmal kommt's her einfach. Story of my sex life. Was? Ich glaube heute echt viel Scheiße, da merkt man das erst mal in der ersten Runde. Ja, heute. Heute. Das sagst du immer. Genau diese Reihe von Diss, wenn einer sagt, ich mach das heute oder nur in diesem Moment das immer. Komm immer noch. Ja. Hallo Botlane. Geh da rein. Oh shit. Ja, gut. Ist jetzt ein bisschen unlucky. Aber du kriegst ihn auch. Wohl. Ach, keiner für zwei. Ponte Horn. Ey, dieser Kha'Zix, ne? Komm, wie ist denn wegrennt? Ich bin fucking AP. Jetzt trau dich mal was. Geh bot, die haben nicht so viel Angst. Ich merk schon, die haben echt keine Angst. Ich brauch aber auch keine Angst haben. Das Dorf wird nicht los. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jo, Übelau. Hier redet ja Goffeld. Kitzekhörn. Drei. Zwei. Gar nicht. Hopp. Ich glaube, der steht hier drin. Die kommt von da oben. Wir kommen auch. Geht ja schon. Geht ja schon. Für dich, Max. Komm, wir gehen als Team. Okay, ich geh weg. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Gut, dann ist dein Teamgeist super. Ich bin top, der Räder. Komm, wir gehen als Team. Okay, ich geh weg. Danke. Bitte. Go, go, go. Ich hab Ulti. Gut zu wissen. Dann go. Machen wir Barren? Nein. Was? Wieso nicht? Das ist ein total dummer Call. Könnte funktionieren. Ja, nice. Wir können trappen. Red is up. Trap city life. You try to forget bye. And then you get tapped. Stay in the bush and go fly. Trap city life. Oh. 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 Ich. Ja, was besser mach ich. Ja, ich tank. Ok. Kling kommt. Ok, noch Kling. Ahhhh. Ahhhh. Easy job. Good job. Move bitch! Get out the way! What? Guck, du glitzerst! Get out the way. Get out the way, waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Machen wir jetzt Baron? Nein! Dron? Nein. Dron! Stand behind Baron. Baron? Brevern. Baron? Brebrand, machen er davon. Brebrand, genau. Ja, Brebrand. Brebrand, was geht? Altes Haus, ey. Richtige Arschlöcher hier, ne? Am I right? Am I right, Haters? You're my dog, man. So. Hast du gerade 15? 25? Okay. Hast du gerade für die Chickens da geultet? Kein Kommentar, ist ein Kommentar? Okay. Kelly kommentiert, komm her. Also, es ist der Spot, wir könnten eigentlich wirklich Baron gehen. Ey, verpiss dich. Wir gehen U dir. Gehen wir nicht. Wir gehen Quinn. Hilfe. Hilfe. Ich kann sie einfach nicht wegtreten, die Fotze. Ich denke ja scheiß vorweg. Du bist. Nio. Wow. Du bist ja bei Troldemeter. Also ich meine, ich stehe für 9 so, ne? Nichts gegen die Kompetenz der Mitspieler da. Aber wenn ihr, aber wenn ihr zum Beispiel David habt, der ist nicht der beste Loil Spieler. Da war's, David ist übelst guter. Auf ihn zu beleidigen ist mein Schatz. Er wollte mein Cockes. Ich hab ihn nie beleidigt. Er ist super lustig, aber bad and low. Ich äh... Ich fühl mich jetzt... Wo? K? 6. Ah. Das ist wie Marco. Wollen wir Drake gehen? Was ist eigentlich diese Scheiße mit Markus? Habt ihr das mitbekommen? Ich verstehe das nicht. Gibt's irgendeinen Hype um irgendeinen Markus? Wer ist Markus? Ja, ich weiß das auch nicht. Mein Shatter ist gestern einfach nur ohnehin gespammt. Dann fällst du das so. Scheißen... Sohn. Ähm... Ich def mal Bad. Äh... Roger. Könnt ihr den Blue Bluff? Können wir den Trash? Den ja. Wollt ihr den Drake holen? Den Drake? Fuck it. Weißt du wie ein paar Sportlane übrigens? Ja, deshalb bin ich ja auch def. Achso. Didn't get that. Gesundheit. Muzzlethoff. Was sagt man bei sowas? Bei Schulkauf sagt man meistens nichts. Okay, Muzzlethoff. Wuuuh. Der Rap-Up ist nicht da. Kann man mal ein Wort haben? Können wir den Drake holen? Los, rennen, Glitzer-Arschlo. Los, rennen, Glitzer-Arschlo. Das ist die offizielle... Nevermind. Okay, wenn die jetzt den Elder-Drag bekommen, haben wir ein Problem. Ja, den sollen... Was hatten die? Haben wir schon einen dran? Nein, oder wir nicht? Der ist unser Jungler. Oh, wow, Len, ja. Hey. Hey. Ich weiß nicht so, als hätten wir irgendwie drei- oder viermal Dragon gecallt. Ja. Okay, das klang jetzt irgendwie ziemlich wertend, ja? Also... Das war ja nicht an Lanier gerichtet. Aha. Was macht ihr dabei da drüben? Ich mein, ihr seht schon so aus, als wenn ihr die Assgeier probiert, den scheiß Race zu nehmen. Dann nehm ich ihn einfach. Okay. Wollen wir U-Dill? Wir wollen U-Dill. Ayo. Oh, lauf. Fuck. Riff. 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 Ich weiß jetzt nicht, was du dir erwartet hast, aber es hat nicht funktioniert. Ehrlich gesagt hab ich so einen richtig schönen MBG-Player erwartet, der überhaupt nicht so gekommen ist. Lauf, Lenya! Nein! 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 Oh... Oh! Äh... Äh... Das war das? Lauf nach oben. Da ist gerade... Da ist gerade eine 1100 Zahl aufgekloppt. Hätte ich vielleicht nicht... Lass mir etwas übrig! Ja. Das hat's runtergezogen. Alles ist deine Schuld. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Abonniert, äh... PewDiePie auf YouTube. Haha. Auf keinen Fall. Hi. Hi PewDiePie. Was geht? Da ist Felix. Da ist... Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Auf Thresh. Auf Thresh. Oh... Thresh ist so tanky, man. Nice. Nice! Neshor! 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 Go Team! Setz bitte ein Wort. Na, das stimmt. Okay, machen wir Neshors. Neshors, du. Nehmen wir echt rein, oder? Ne, haben wir schon. Viel Spaß. Neshors. Yeah. Wir machen Neshors haben � Paif。。 Schade! War nicht so der One-Shot, aber... Macht nix. sah! irgendwas ist falsch hier so jetzt wissen wir mal bescheid wie das hier läuft ein trolle meter es kann gleichzeitig eben wort die überzeugung verloren ich wollte mich auch nicht nur aha ich halte mich aber auch damit ja jetzt weil ich mich geilt habe das kommt mal mit zum blub hat ich bin ja noch klar er hat gemacht gehen wir triple flash schritt machen ich bin sein gott ja du hast die ulti getroffen die automatisch das stimmt gar nicht doch die ulti ist ein ganz normaler skillshot du arschle und wir teilen oder einfach eine coin töten warte ich habe ulti in sechs man ulti lädt auch nur 32 sekunden das reicht ja das habe ich ich saff die ruck schade ha 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 good job fucking ah nein es wird mein burst überlebt das passiert nicht noch mal jetzt habe ich rabadons ja okay möchte gehen ich auch wir gehen okay die ersten gehen schon ich wollte da sollten wir noch erst wuuuuh eeeeh oh was ich war legendary ja deswegen habe ich ja gesagt du bist fucking philip ach so legendary mit 14 a ein fucking philip das klingt irgendwie falsch das klingt irgendwie falsch holt und ah das ist der bait uuuuuh nein nein das war so schön gewesen ja das war schön aus in der aufnahme ja ich hab nicht geschont es sah eigentlich ziemlich aus als ob der einfach nur gefällt ich glaube ich werde hier einen mlg-edit einfügen hehehehe wird appreciated von mir freut mich kann ich einen blubuff haben eh wenn ich dir einen guten grundsatz warum ich den haben sollte kriege ich den okay okay puzzle ist mutter ist ein huber ich habe ihn schon das ist zu spät aber mein argument zählt nächste bloß meiner hehehe eeeh eeeh digger gegen bot okay Achtung digger gegen bot gnarst du mir Stahlfängerbein macht ganz schön rein guck mal wie er den Trash vermöbeln Alter meine Ulst brettern durch die Millis mit 500 Tanks ja ich mach den Support fern ich feier mich ja aber der ist super tanky und du ballerst da richtig gut durch weil der Typ fast nur armor kauft ok kassik 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 der nicht mit ARP ist verliert ne ich mach den nicht ne nein nur der auch nicht damage den kriegen wir noch echt ja ich bin es hier fang den Vorgi ab haupenfang scheiße ich hab cool dann ah 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 holy wer hat denn so viel Schaden gemacht danke wer passt mit ab 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 Da ist es. Richtig Fucklight-Moment. Go! Wir machen alle Inhibs, alle Inhibs, go! Und dann Elder Dragon. Okay, go zum Elder Dragon. Wir gewinnen Trall the Meter! Benno, jetzt hast du es gesagt! Weißt du, was letztendlich passiert ist, als es irgendwer gesagt hat? Nö, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das jemand gesagt hat. Rücken wir... Sieht so niedlich aus. So eine kleine verfickte Glitzer-Lulu. Und so ein riesenfetter Drachen-Lulu. Hallo! I'm gonna fuck you up, you stupid bitch! A, B, C, D, E, F, G. Someone shoulda told you not to fuck with me. So, ich geh mal fix einkaufen. Ich fand der Song ziemlich schön. Können wir da irgendwie einen Remix von machen? Nein. L, B, C, D, E, F, G. Benno ist ein Hovensohn, fick dich, yeah. Hättest du wenigstens nicht ins Knie sagen können? Nein, wieso? Oh, sorry. Stehst du auf Knie? Gibt's einen Fetisch für Knie? Benno, bist du eigentlich schwul und stehst auf Knie? Machst du eigentlich auf Your Games, Max? Weiß ich gar nicht. Wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? Auf El Humbro? Was ist eigentlich im Internet? Wie weißt du nichts? Siehst du eigentlich oben? Ich bin Spanier und so. Danke! Ja. Da. Ich geh da rein. Ich ging eigentlich voll klar, fand ich nicht so krass das Mal. Okay, sorry. Da ist es so schön. Ich hab mich da nicht so zu schaden gemacht. Hallo! Wir sind da! Insect? Wo ist Kha'Zix? Wo ist Kha'Zix? Auf Kha'Zix! Auf Kha'Zix! Auf Kha'Zix! Auf Kha'Zix! Auf Kha'Zix! Hab ihn! Ah! Danke, Unanc. Oh mein Gott, wir gewinnen Troll de Meta! Ist das dieser... Ey, gewinnen wir das jetzt ernsthaft? Es ist der Tag! Wohoo! Es ist der, wir gewinnen Troll de Meta-Tag. Mmmh... Mmmh... Ich weiß nicht wann wir die letzte Folge gewonnen haben. Ja, ich würd' sagen, sie klamieren. Das ist ein schöner Moment. Ich hab auf jeden Fall am wenigsten gefiedelt von allen Teams. Ich hab S Plus bekommen. Ja, Moment. Ich hab'n 6.13. Ich schau' mal noch kurz in den After-Game-Screen. After? Ha! Das ist so, Alter. Nein, Spaß. Wir haben herstellen angehabt als ein Lolo, das ist doch schon mal was. Wir machen mal ne Kamera raus, weil oben noch möchte ich weg. Ähm... Weniger als dein Supporter, Max. So, 20.7. Bist du der... Achso, Lolo, Trash? Damage. Mh... Apirid. Nein, ich bin nicht... Erster. Auch nicht schlecht. So und nicht anders. Habe ich nicht mal ein S bekommen. Ja. S-. Easy. Eheh. ares i